hallo und herzlich willkommen zu der weitere folge von dat pool wir haben letztes mal gesagt wir machen wir noch eine die ausrüstung macht werde ich jetzt 100.000 haben das heißt wir uns mal was gönnen zwar so was hier hallo was war jetzt noch 20.000 haben wir noch dann kann man noch etwas besser noch hin immerhin gut wechsel m mit der lage oder 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 10 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 15 Oh, war's! Das war's! Ich hab's! Ich hab's! Wieso zu tun? Ich hab's! Ich hab's! Ja, gratuliert! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Joink! Oh, he just never gets old, you know what I'm sayin'? He's bigger than you, badder than you. And he's purpose-built to eat little shit like you for breakfast. Eat shit for breakfast? Oh, Danny, look at the size of that thing. That's what she said! I wonder if we can even carry that gun. Only one way to find out. Pop-tom! Ausflug! Ah, you didn't really want an open casket ceremony anyway! I didn't feel it! I didn't feel it! Why are you letting this terrible thing happen to me? You look like you needed some air! Oh, oh, I was super cool! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ich war großartig. Schau, es ist Billy! Wer ist Billy? Das ist kein Baitball, Skipper. Oh, wir brauchen eine Verkaufung. Ich weiß nicht, was du nachher, du Mast-freak. Aber du wirst nie mit mir, während ich in dieser Panik-Rune bin. Ich möchte diese Theorie testen. Hm, wie viel C-4 ist das? Es wird nicht mehr als 20 oz. Was? Ich liebe das System der Metrik. Wie viel in Amerika? Wir sehen uns, die 7... Mann, mach das. Ja, mach das! Oh, ja! Das war großartig! Das war großartig! 20 oz. Das war ziemlich süß. Wie ist das für impenetrable, Asshole? Wir brauchen ihn immer wieder. Wie sieht ihm aus? Ja, wie sind wir das? Ja, komm schon, komm schon! Komm, geh zu ihm! Du bist verrückt! Nicht verrückt als du denkst! Ja, das war Spaß! Ja, das war okay. Es ist nicht so, dass wir ein Do-Over haben. Das ist nicht so, dass wir. Peter, das war's! Mach es! Mach es! No, no, no! Was the... Now that's what I'm talking about. Peter, my man, you see all that? Ha ha, buttload of awesomeness. Deadpool, you idiot! Do you know how much money all those explosions and tachy graphics just got me? You can't just change whatever you want, whatever you want! Ja, that's great, Peter, talk to my dick. Hey, where are you A-Holls going with my contract? Na, hey, die Güte. Da rennen wir unsere Zielpersonen weg. Das ist der Wahnsinn. Wann die Mädels überhaupt nicht hier werden? Weiß gar nicht, ne? Way to go. He got away. Give me some credit. Oh, I see. We let him get away, didn't we? Duh. Fun is in the chase. Now you're talking. Let's get him. Oh, I love old 8-bit games. Yeah, we do too. This game isn't old. Or 8-bit moron. Oh, I love old 8-bit games. Hey, look at the phoner over here. You said phoner. Yeah, wonder, ehrlich. And then there were none. What the fuck? Haha, you're gonna wanna have a dog to take a look at that. Okay, ja, ähm, ja, äh, also, und, äh, ja, äh. Es ist gerade ein bisschen warm, wir warten mal kurz. He 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 Hahahaha Ich war immer mal in meinem Roller, naja gut Was wollen diese Leute mit Mr. Moneybags? Whatever, sie haben unsere Mark. Keine Mark, keine Geld. Hey, Numnuch! Du wisst, welcher ist das Schuss-Bunnen? Versuch nicht mich! Oh, that sounded like bone! I need a medic now! Wow, he's got a lot of guts! I'm on fire! Not really, not that kind of fire anyway. You know what I mean, come on! Ha ha ha! Yoink! Yoink? I think we're going to work. Mhm. Right to go, he is coming! Jump! Stop! I see your swords! Look, look,hone! Nope, look! No! But we're so messed, we're gonna head through No! Let's essentially he's dead thing about it Gear! Let's go! Das ist toll! Ich hoffe, das ist perfekt! Ich brauche eine größere Batterie für dieses Ding. Und... Cut! Movin' on! Ich kann nicht Powerport yet! Das ist toll, Mensch! Das ist toll! Was? Ich brauche deine Hand zu halten? Voll Momentum! Ich mache mich etwas wirklich cool! Nein, ich kann nicht Telefonieren. Ich will auf den Board, meine Damen und Herren. Wir werden uns vorbereiten für den Geheimdienst. Hä? 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 So. Wir reden wenigstens hier. Das war gar nicht so einfach hier. Die Jungs hauen echt böse rein. Sie sind nicht gerade ohne diese weißen leichten Typen. Ich mach' mal nicht. Ich mache mich einfach mal. Möhm! Ihr seid einfach nicht, wie zu werten! Ach! Mann! Ich habe den Weg nicht noch so gew Das ist noch nicht gut. das ist die Munition die fürchte sie unterhüpfen geht es ganz gut bitte los aber das wollen wir nicht vergessen das Plätze der Tour also ist ein schön